hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die jahr nach dem ticket und heute ist das spiel afk arena das werde ich jetzt mal schnell installieren und dann sage ich mal bis gleich so ich habe es mal schnell installiert und ich bin gerade aufgestanden ist hier noch alles verschwommen was steht da ok genau so stand das kommt schneller schneller Da haben wir schon uns das an. Sound, haben wir Sound? Ja. So, und dann wieder schön dem Finger folgen. Oh, okay. Okay, dann gleich kommt die Frau. Ne? War das eine Frau oder was ein Mann? Keine Ahnung. A fire burns. Oh, okay. Ah, zwei Mann. lol Oh, bald kann ich automatisch machen. Ich komme für dich. Ich komme für dich. Ich komme für dich. So, immer ganz schnell den, der jetzt nächstes kommt, drücken. Einer tot. Oh, Belohnungen, wenn alle tot werden. Äh, einer nehmen werden wahrscheinlich. Aber war ja nicht ganz so. Ich schaue mal kurz hier. Kann man das nicht größer machen? Ach, leider nicht. Mist. Schauen wir uns mal die Angebote an. 5 Euro. 17 Euro. Also, 5,50 Euro. 17 Euro. Oh, 104 Euro. Nein, 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 nein. Ja gut, da ist auch nichts dabei. Nein, nein, nein. Events, Events. Einsammeln. Das ist gut. Gut. Da ist. Da ist. Okay. Okay. Nichts. Das musst du mal alle annehmen. Gut. Da ist halt nichts. Quests. Oh, schön. Einsammeln. 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 Feldzug. Wo? Hm. Schexie. Du, 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 du. Helden. Sind keine neuen dazu gekommen. Aber. Ausrüsten. Ausrüstung anlegen. Okay. Halt hochleveln. Ah, da brauche ich diese blauen Punkte für. Dich und Gold. Ja. Ich bin jetzt Level 4. Ich mache mal auf Level 5. Dann gehe ich mal auf den nächsten Helm. So. Jetzt kommt sie dran. Ausgerüstet. Den machen wir auch noch schnell auf Level 5. Geschichte. Öffnen. Oh, da gibt es Punkte wenn man die Geschichte liest. Jede Seite oder nur? Nur ein Anfang. Anfang. Also nur ein Anfang. Leute mal. Bei denen. Ne? Da war auch eine Geschichte. Interessant. Oh ja. Okay. Gut. Danke. Okay. Alles gelesen. Cut. Glaubt du mir doch, oder? Na. Wollte ich schon sagen. Schauen wir uns mal die schnelle Geschichte an. Oh. Okay. Ja. Hm. Ganz interessant. Ach. Ich wollte ihn auch hochleveln. Fünf. Der ist nur grün. Gewöhnlich. Hm. Gewöhnlich ist doch scheiße. Der hat auch keine Geschichte. Ulrik. Naja. Egal. Hm. Jet. Okay. Shit. Haben auch geguckt. Dann gehen wir jetzt wieder auf Feldzug. Und drücken einfach mal auf Start. Kann ich beginnen? Oh. Ich bin fertig. Also der Ulrich. Macht nicht so eine gute Figur. Hm. Schon wieder getappt. Okay. Jetzt wird sie mir auch beinahe noch gestorben. Und der andere auch. Und da würde ich jetzt mal den Start drücken. Ich bin ja sowieso fertig. Hm. Ich probiere jetzt so einmal schnell bis dorthin zu spielen. Und dann mal schauen wie es morgen weiter geht. Ich denke morgen kommt bestimmt das Spiel wieder dran. Das ist ja meistens so. Dass weiter hintereinander ein Spiel dran ist. Gut. Dann will ich jetzt einmal hier nach Plus Deck gehen. Bluestacks World. Werde mir mein Ticket einsammeln. Damit habe ich jetzt sechs Tickets. Fällt mir nur eins. Dann habe ich wieder alle offen. Na ja. Mal schauen. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüssr. Tschüss.